Eine Uhr steht unter der Laterne abends um halb neun. Sie sieht den Himmel, Mond und Sterne, was kann denn das wohl sein? Sie wartet wieder auf die Kunden, sie wartet auf den Mann und hat sie den gefunden. Fängt das Theater an, ja glaubt sie das, was sie überrascht und sie wackelt mit der Tasche, mit der Tasche, mit der Tasche, mit der Tasche, na wo wird denn sonst? Und es geht mit der Frau Studenten und auch Herr Zahnarzt Schmidt, Redakteure, Superintendenten, die nimmt sie alle weg. Der eine will die Rute, der andere will sie blocken, Sie steht auf die Welt, an der Ecke um halb neun und sie klebt am Strumpf mit Spucke eine Masche und sie wackelt mit der Tasche, mit der Tasche, mit der Tasche, mit der Tasche, na wo wird denn sonst? Und es zieht mit Fahnen und Standarten für Trupps die Straße lang. Sie singen ne Lieder, mit dröhnenden Gesang. Da komm sie mit Musik, sie sieht sich das so an, von wegen Politiken. Sie weiß doch, man ist ein Mann und sie sagt, dann lass mich doch in Ruhe und sie tun Strichen gehen. Ja, diese Gleichgültigkeit, diese Gleichgültigkeit, die Kammern schließen, verstehen. Und sie wackelt mit der Tasche, 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 na wo wird denn sonst? Ja, diese Gleichgültigkeit, die Tasche, mit der 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 Tas